Ah, geht die Laura! Nein, der rennt eh nicht raus. Der rennt ja nicht raus. Nein, der rennt ja nicht raus. Der sieht nicht, der sieht nur die Laura. Unsere Laura geht sowieso nicht raus, da kannst du da oben selber sitzen. Ja, wirklich wahr? Ja, aber dem traue ich noch nicht recht. Irgendwann kannst du überhaupt nicht trauen. Ist es gut? Ja, ja, jetzt sagt es ihm wieder. Die Zirk, das ist ein Wahnsinn. So lieber, wenn sie Küche spielen. Ja, wenn sie spielen miteinander. Ja, genau. Wiederschauen! Wiederschauen! Ja, da ist es ja so, da ist es schon viel steht und hat alles geholen. Ja, 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 ja! Aber heute ist es schön kalt, ich bin runtergegangen mit dem Türstücker. Er ist kalt, der Wind ist ja Wahnsinn. Gestern war es so schön, gestern war es zu warm gewesen, dass wir mit dir gegangen sind. Nein, wir waren am Viofner See und sind runtergegangen. Boah, scheiße. So schön. Wir waren auf Marc open. Eines Öl. Eines Öl. Aasen. Warte. Eines Öl. Ja, aber jetzt ist ja es hier, oder? Das ist ja nicht so. Das ist eine Lieblung, du hast eine Lieblung, du hast eine Lieblung, du hast eine Lieblung für den Herzen gehalten. Du, mein schönes Gewein braucht man sich nicht anziehen, wenn man viel hat. Das ist so. Du kannst auch kein schönes Gewein anziehen, weil das sappert dich auch an. Das ist, wenn wir alle losen. Wirklich. Schau, da bist du, 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 da bist du. Du bist du, du bist du. Du bist du. Du bist du, du bist du. Schau mir nur auf Hürde. Ja, 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 ja. Ich bin schon gut, ich bin schon gut. Ja, das ist ja heute, du warst immer mehr von hinten. Ah, nein, das ist gar nicht!